Das kommende Album von Nidal Nip trägt den Titel Life is Battle. Das Album erscheint voraussichtlich am 18. Februar 2022 über das Label Wolfpack Entertainment. Alle weiteren Informationen zu diesem Release, die Vorbestellungslinks und die Tracklist findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.